Musik Sie ist eine der schwersten Wildwasserstrecken der Welt, die Wellerbrücke auf der Ötztaler Arche. Der Adrenalinrausch ist vorprogrammiert, wenn die Weltelite des Kajaksports in ihren dosenden Fluten um den See kämpft bei der siebten Auflage der SICKLINE Extrem Kajak Weltmeisterschaft. Dabei gilt es auf 280 Metern die perfekte Linie, die sogenannte SICKLINE hinzulegen, um mit der schnellsten Zeit durchs Ziel zu gehen. Rund 130 der weltbesten Wildwasserathleten sind aus über 25 Ländern ins Ötztal angereist, um auf der Ötztaler Arche ihre Kräfte zu messen. Für ihre Sicherheit sorgt ein eigens entwickeltes Sicherheitskonzept, denn die Athleten bewältigen Wildwasser von höchsten Schwierigkeitsgraden. Nach vier extrem spannenden und anspruchsvollen Runden im rund 7 Grad kalten Wasser konnte sich schließlich der 25-jährige Brite Joe Murley mit einem furiosen Finallauf durchsetzen. So sicherte er sich zum zweiten Mal hintereinander den begehrten Titel des Extrem Kajak Weltmeisters. Dem bereits im vergangenen Jahr überraschte Murley die Kajak Szene, als er den scheinbar unschlagbaren dreifachen SICKLINE Weltmeister Sam Sutton aus Neuseeland bezwang. Ja, ihr habt einfach zu glauben, dass es in der Hüfte erst passiert, und dann einfach auf der Wurde. Dieses Jahr, Beating Good war ein wirkliches Herausforderung. Es war ein bisschen der Fever und hat ein bisschen geblieben, aber ich wusste, was ich tun muss, wenn ich es getan habe. Ich hatte ein ziemlich chilles Tag, ich habe nur mit Essen und überrascht, überrascht, die Sonne, die Sonne, die Sonne, die Sonne hier. und die Runde ist besser und besser. Ich weiß nicht, man, alles ist so schnell. Es ist so schnell, ich hatte keine Ahnung, wo ich war. Ich wollte einfach mal eine gute Reihe oder eine gute Reihe. Und es war fast in der Finale, ich bin so stoked. Ja, ich bin so stoked, dass ich in 3rd bin. Das ist die höchste ich noch nie bin. Es wäre toll, dass ich ein bisschen da bin, aber ich denke, ich bin über die Welt zu sein. Und dann, ich bin ein bisschen disappointed für Sam, weil ich dachte, dass es sein wird wieder sein. So, es wäre toll, dass ich ihn wieder auf den Top sehen würde. Aber ich bin auch super stoked, hier mit Mike zu sein. Und Joe ist ein guter Freund. Ich bin sehr glücklich. Es ist ein ziemlich gutes Podium dieses Jahr. In der Damenkonkurrenz deklassierte die 23-jährige Nouria Newman, zweifelsohne die beste Wildwasser-Buttlerin weltweit, ihre Mitstreiterinnen mit mehr als 5 Sekunden Abstand. So holte die Französin zum wiederholten Mal den Titel der Sickline Queen. Die Wellerbrückenstrecke ist massives Wildwasser der Stufe 5. Die berühmt-berüchtigten Stromschnellen sind zugleich gefürchtet und beliebt. Zudem extra Druck auf die Athleten durch die stetig stärker werdende und wachsende Konkurrenz in der Kajak-Szene. Ich würde sagen, mein Training für dieses Jahr starten, als wir das letzte Jahr haben. Wir kamen nach New Zealand auf die Kai-Tuna. Wir kamen nach dem Sommer durch den Sommer, und dann kamen nach und kamen nach den USA zu machen ein paar Räsen. Das sind alle super hart Räsen. Wir haben ein guter Training für dieses Jahr. Wir sind zurück nach Nottingham und sind in der Gym. Wir haben ein bisschen physikalisches gemacht. Wir haben dieses Jahr bereit zu gehen. Ja, ich meine, jedes Jahr wird es schwerer und schwerer. Es gibt mehr Leute, die machen das der core Sport, und sie trainieren das ganze Jahr. Es gibt andere Räsen, die sind wirklich gut und die Herausforderung. Wenn sie hierher kommen, für die pinnale Event der Jahr, jeder ist einfach da zu gewinnen. Und es ist ziemlich schwer, wenn man in der Vergangenheit hat, mit all diesen Jungen nippen auf den Häusern und wollen auf den Podiumspot nehmen. Es ist wirklich schwer, aber es ist viel Spaß. Es ist sehr, sehr haupt. Ich bin sehr froh, ich bin sehr froh damit, dass wir weiter zu Ende desicio-Lefts flächeln müssen, weil die Reihe au diggenden Zeit Ich bin sehr froh aber... Untertitelung des ZDF, 2020